Hallo allerseits, Ruhi Janet hier. Sie wurden mit einer der seltensten Krankheiten der Welt geboren. Sie teilen sich einen Magen, eine Leber, eine Blase und einen Anus. Doch Sona und Mona Singh haben jeweils ein eigenes Herz, Lunge und Hirn. Also das Bein ist von dir. Und das von dir. Was ist mit der Mitte? Wer fühlt das hier? Ihr fühlt hier das Gleiche? Wenn ich also von hier aus eine Linie ziehe, kontrolliert Sona die linke Seite und Mona die rechte. Okay, diese imaginäre Linie trennt euch also. Fühlst du das? Du fühlst das nicht, oder? Wer fühlt das? Ihr beide? Wer spürt das? Immer noch beide? Sona spürt hier nichts. Teilt ihr euch ein Genital? Kontrolliert und fühlt ihr beide dieses Genital? Sie wurden in eine Familie in Delhi, Indien, hineingeboren und kurz danach ausgesetzt. Der Verein Pingalwara zog sie auf. Hier seid ihr verbunden. Jetzt sind sie 19 Jahre alt. Hier verlaufen beide Wirbelsäulen parallel zur gleichen Hüfte. Anhand der Dicke kann man erkennen, dass es zwei sind. Könnt ihr springen? Könnt ihr laufen? Die Brüder, die zusammen zwei Beine und zwei Arme haben, leben in perfekter Harmonie und können alle alltäglichen Aufgaben erledigen. So Jungs, ist das euer Zimmer? Sie können klettern. Sie können schreiben. Sie können Treppen hinuntergehen. Und sie können mit ihrem Elektromobil zur Arbeit fahren. Mona ist für die Bremse zuständig. Sona für das Gaspedal. Lenken tun sie gemeinsam. Wir kommunizieren und koordinieren zwei verschiedene Gehirne innerhalb von Millisekunden. Ihr arbeitet als Elektriker? Wie viel verdient ihr? Bekommt ihr zwei getrennte Gehälter? Habt ihr getrennte Geldbörsen? Aber eine getrennte Identität, oder? Was haltet ihr von der Ehe? Wollt ihr in Zukunft heiraten? Die gleiche Person? Wollt ihr die gleiche Person heiraten? Ja. Gibt es Eifersucht zwischen euch? Gibt es Zeiten, in denen ihr nicht miteinander redet? Streitet ihr euch schon mal? Nein, ich weiß nicht, dass ihr die gleiche Frau heiraten wollt. Ja. Aber was ist, wenn einer von euch sie nicht mag? Nein. Was für Mädchen mögt ihr denn? Was ist euer Typ? Ich bin ja auch ein Typ. Die Zwillinge tragen zwei verschiedene T-Shirts, die vom Schneider aneinander genäht wurden. Auch die Schicksale der beiden Jungs in einem einzigen Körper sind miteinander verbunden. Wenn einer von ihnen ein Verbrechen begeht und ins Gefängnis muss, beeinflusst die ist das Schicksal des anderen. Was passiert, wenn ihr unterschiedliche Dinge tun wollt? Zum Beispiel, wenn einer von euch schlafen möchte, aber der andere nicht. Bei der Basketballmaschine ließ Sona seinem Bruder keine Chance. Aber als Mona den Ball bekam, hat er mit einem einzigen Versuch gepunktet. Mona, du schaffst das! Ist einer von euch beiden Dominanter, werthelf der Entscheidungen? Wer ist Dominanter? Ist euer Intelligenzgrad normal? Wer ist Sozialer? Ist Sona Sozialer? Ich glaube, du bist Sozialer. In der Sitzposition drückt Sona seinen Bruder meist nach unten. Obwohl Mona sich dabei unwohl fühlt und einen Ausgleich sucht, ist Sona in seiner natürlichen Position höher und Mona eher gebeugt. Habt ihr eine Freundin? Wart ihr denn schon mal verliebt? Und dasselbe Mädchen vielleicht? Das ist eine daily routine. Was sind eure Hobbys? Phone-Games. Andere Aktivitäten sind nicht möglich. Sidi Hool ist sehr busy. Benutzt ihr das gleiche Handy oder hat jeder sein eigenes? Same. Spielt ihr dann zusammen? Yes. No, I am not playing. Mona is playing. Was machst du, wenn er spielt? Habt ihr zeitgleich Hunger? Yes. Wenn du etwas Ungesundes isst, geht es in den gleichen Magen und kann deinen Bruder dick machen? Achtet ihr auf eure Ernährung? Bei ihr Blutkreislauf der gleiche ist, steigt der Blutzuckerspiegel nicht nur bei dem, der etwas Süßes isst, sondern auch bei dem anderen. Wenn einer der beiden Hirntot ist, kann es sein, dass der andere aufgrund von Komplikationen nicht überleben kann. Als wir rausgingen, zogen Sona und Mona sofort alle Aufmerksamkeit auf sich. Kurz nach ihrer Geburt in Delhi 2003 wurden sie ins All India Institute of Medical Sciences gebracht, in der Hoffnung, die beiden trennen zu können. Der Eingriff wurde jedoch nicht gemacht, weil die Ärzte sagten, dass eine Trennungsoperation zum Tod eines Zwillings führen würde. Wenn ihr die Wahl hättet, getrennt zu werden, würdet ihr es tun? Bevor wir mit diesem Video fortfahren, möchte ich dem Sponsor dieses Videos danken. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt du dir so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für dein Leben und deine persönliche Entwicklung. Es gibt viele Funktionen, die es einzigartig machen. Vielfalt der Inhalte Mehr als 5000 Titel aus 27 Kategorien Aktuelle Bestseller Das Wissen ist buchstäblich an ihren Fingerspitzen Bitesized Inhalte 15 Minuten reichen aus, um einen umfassenden Einblick in verschiedene Themen zu erhalten und dein Wissen zu erweitern. Es ist sehr einfach zu bedienen. Blinkist passt zu deinem urbanen Lebensstil, in dem es ein großartiges Audioerlebnis bietet und seinen Benutzern ermöglicht, Edutainment in ihren Alltag zu integrieren. Stellen Sie sich vor, Sie lesen beim Joggen ein Buch. Edutainment Gleichzeitig aufklärend und unterhalten wird Blinkist anderen Produkten vorgezogen. Besonders Ihr Audioerlebnis ist erstklassig und viel mehr als nur eine Buchzusammenfassung. Und Blinkist hat eine aufregende neue Funktion namens Blinkist Connect. Blinkist Connect ist die neue Funktion, mit der jeder Blinkist Premium Plan ohne zusätzliche Kosten zwischen zwei verschiedene Konten geteilt werden kann. Auf diese Weise können Sie ein zweites Konto einladen, Ihren Plan beizutreten. Wenn Sie Ihre Einladung annehmen, erhält der zweite Kontoinhaber vollen Premium Zugriff auf Blinkist. Und mach Dir keine Sorgen, selbst wenn Sie denselben Blinkist Premium Plan verwenden, behalten Sie Ihre beiden separaten Konten und teilen nur, was Sie wollen, wann Sie wollen. Verwenden Sie den Promo-Link im Beschreibungsfeld dieses Videos oder scannen Sie den QR-Code, um eine siebentägige kostenlose Version und 25% Rabatt auf die Jahresprämie vom Blinkist zu erhalten. Verwenden Sie den Promo-Link im Beschreibungsverlässer Stellung? Wie fühlt es sich an, nie alleine zu sein? Was sind Eure Lebensziele? Was wollt Ihr erreichen? Singen, 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 singen. Singen, singen, singen. Singen, 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 singen. Nach meinen Beobachtungen hat Mona eine neugierige Persönlichkeit und zögert nicht, bei jeder Gelegenheit etwas anzufassen. Sona hingegen ist dominanter. Er hat das gemeinsame Smartphone und nimmt die Anrufe entgegen. Das Ergebnis der Analyse unseres Dialogs zeigt, dass die Zwillinge insgesamt 414 Wörter verwendet haben, wovon 65% von Sona gesagt wurden. Interessant ist, dass Sona und Mona 81 Wörter zusammensagten. Bei etwa 20% ihrer Unterhaltungen dachten ihre Gehirne also gleich. Die Brüder können gehen ohne zu stützen und Autofahren ohne einen Unfall zu bauen, obwohl sie das rechte und linke Bein getrennt voneinander steuern. Obwohl sie als Elektriker arbeiten, träumen sie davon Musiker zu werden. Zwillinge, die einen Einblick in ihr Leben geben wollen, haben eine Bedeutung, die weit über ihr unterschiedliches Aussehen hinausgeht. Sie sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Zielen. Die beiden sind gerne zusammen, sind in meinem Team und haben ihr Leben nie aufgegeben. Ich habe eine Bitte an euch. In diesem Video könnt ihr auf zwei Arten einen Daumen nach oben geben. Eine davon ist kostenpflichtig und das ist der Danke-Button. Natürlich könnt ihr auch ein kostenloses Like über einen üblichen Gefällt mir-Button dalassen. Damit kann ich sehen, ob euch diese Art von Inhalten gefallen oder nicht. Schließlich kann ich nur so lange Videos wie das hier machen, wenn sie euch gefallen. Wenn ich also nicht eine bestimmte Anzahl von Likes erhalte, weiß ich, dass euch der Content nicht gefällt. Und wenn doch, sehen wir uns in der nächsten Doku. Ruchi Janet war hier. Bye-bye. Bye-bye. Guten Abend. Guten Abend.